hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren video von mir ist freut mich wieder riesig dass ihr heute eingeschaltet habt und heute möchte ich mit euch über die folgenden spannenden themen sprechen als allererstes gucken wir uns die kaufstrategie von micro strategy an die bereits in der vergangenheit eine riesige bitcoin investition getätigt haben und nun ja noch mal 175 millionen us dollar im markt gepumpt haben wie das ganze von starten gegen gucken wir uns einmal an außerdem gucken wir uns an warum die regierungen der welt sich für den bitcoin erst dann wirklich interessieren werden wenn der preis bei ungefähr 250.000 dollar pro bitcoin liegt und zu guter letzt gucken wir uns noch an warum alibaba nun die meisten krypto patente besitzt die es aktuell gibt gucken wir uns das allererste thema an und hierbei geht es um den ceo von micro strategy über dem wir bereits in den letzten tagen das ein oder andere mal gesprochen haben wir haben ja mitbekommen dass micro strategy als software unternehmen angefangen hat in den bitcoin bereich zu investieren und das haben sie nicht einfach mal so gemacht und mit ein wenig spielgeld sondern sie haben bei der ersten investition knapp 250 millionen us dollar in die hand genommen um damit halt sehr sehr viele bitcoins zu kaufen danach gab es eine weitere investition in höhe von knapp 175 millionen us dollar um weitere 16 beziehungsweise fast 17.000 bitcoins zu kaufen und die frage die stellte sich natürlich der ein oder anderen person wie dann das ganze funktionieren kann wie man in 175 millionen us dollar investieren kann und was man dabei so beachten muss und das ganze wurde dann erklärt in einem tweet von dem geschäftsführer und er schrieb um 16.796 bitcoins zu erwerben mussten wir 74 stunden lang transaktionen abwickeln dabei haben wir insgesamt 88.617 trades durchgeführt die jeweils einen wert von 0,19 btc hatten und alle drei sekunden getätigt wurden damit konnten also knapp jede minute 39.414 dollar eingekauft werden bzw ausgegeben werden oder getauscht werden gegen bitcoins man war sich aber auch darüber im klaren dass der kurs theoretisch mal eben um ein bis zwei prozent hätte fallen können und wäre das passiert dann hätten sie innerhalb von wenigen sekunden 30 bis 50 millionen us dollar mehr investiert um einfach die position zu festigen man sieht also dass das unternehmen auf jeden fall strategisch sehr klug unterwegs war sich auf alle eventualitäten vorbereitet hat und so also versucht hat das meiste aus dieser ganzen geschichte heraus zu bekommen wie ja schon davor gesagt haben sie bereits davor erfahrung sammeln können im ganzen kontext haben wir sicherlich noch mal länger als 74 stunden gebraucht um knapp 21.454 bitcoins im gegenwert von knapp 250 millionen us dollar zu kaufen das ganze war bei den 16.796 bitcoins eben ein relativ langer weg um diese ganzen bestände eben zusammen zu bekommen und es sieht so aus als würde microstrategy ein super starker fan der ganzen geschichte sein das macht natürlich sinn bei diesen investitionen aber auf der anderen seite sehen sie oder glauben sie eben bei dem bitcoin eher daran dass der bitcoin eben als wertaufbewahrungsmittel funktioniert und dadurch skaliert werden kann und das ist natürlich eine wichtige sache was mich zu dem schluss bringt dass microstrategy vielleicht in zukunft noch mal die position vergrößern könnten ob es dann wieder 175 oder 250 millionen us dollar sein werden oder eben ein bisschen weniger oder mehr das werden wir sicherlich in zukunft sehen auf jeden fall ist es super positiv zu sehen dass sich eben ein software hersteller mit dem ganzen thema auseinandersetzt und eben auch entsprechende investitionen wagt um langfristig gut positioniert zu sein das ganze führt natürlich automatisch dazu dass die branche sich allgemein damit auseinandersetzt aufmerksam darauf wird und dann gegebenenfalls sogar nachdenklich ebenfalls einzusteigen und das kann sich auf jeden fall nur positiv auf den bitcoin langfristig auswirken was haltet ihr von dem kaufverhalten von microstrategy und hättet ihr die ausdauer 74 stunden lang transaktionen abzuwickeln schreibt es gerne mal unten in die kommentare gucken wir uns das zweite thema an und hierbei geht es vor allem um die aussage dass die makro autoritäten den bitcoin erst für relevant halten wenn der bitcoin preis bei 250.000 us dollar liegt das sind jedenfalls die aussagen die wir hier von einigen analysten ja bekommen haben und zwar ist es ja so dass wir relativ lange schon befürchtet haben dass zentralbanken und die behörden den bitcoin ins visier nehmen würden natürlich gibt es schon die ersten regulatorischen ansätze um das ganze hier entsprechend regulieren zu können aber es gibt eben auch befürchtungen dass eben gegebenenfalls der bitcoin oder allgemein kryptowährungen hier unterbunden werden könnten weil ja die traditionelle finanzinfrastruktur gegebenenfalls ja bedroht werden würde und ja es gibt nun aussagen von den tapirio der sich eben damit auseinandergesetzt hat und der sagt ne also der bitcoin wenn der 250.000 dollar beziehungsweise eine marktkapitalisierung von knapp fünf billionen us dollar reicht hat erst dann wird es tatsächlich für so viel aufmerksamkeit sorgen dass sich eben die regierungen und so weiter damit auseinandersetzen werden dazu sagt er folgendes 200 milliarden us dollar sind zu klein um für die makro behörden von bedeutung zu sein gold ist bei 12 billionen dollar und niemand kümmert sich wirklich darum bitcoin hat eine freigabe von mindestens 250.000 dollar erst wenn der bitcoin um das 25 fache steigt werden sich die globalen makro behörden mit dem thema auseinandersetzen das ist jedenfalls erstmal die aussicht beziehungsweise die ansicht von den tapirio er ist ja unter anderem mitgründer von die tap capital und er verfolgt das ganze thema schon länger außerdem gibt es hierzu natürlich auch aussagen von raul paal wir kennen ihn ja alle er ist ehemaliger leiter des hedgefonds vertriebs von goldman sachs und CEO von real vision und er sagte dazu ja ich stimme zu 100 prozent zu bitcoin ist derzeit auf globaler ebene irrelevant wie sie sagen sind selbst die meisten zentralbanken von zehn milliarden us dollar nicht betroffen der devisenmarkt handelt an einem tag die hälfte dtcc klärt und erledigt in einem jahr etwa über eine billiarde und das sind so die aussagen die hier getroffen werden das heißt also von zwei verschiedenen persönlichkeiten die sich mit dem thema schon länger auseinandergesetzt haben gibt es eben die aussagen dass der bitcoin einfach deutlich zu klein ist um ihn tatsächlich wirklich zu betrachten auch wenn wir schon die ersten regulatorischen ansätze eben fahren das sind aber dann mehr die kleineren behörden in anführungsstrichen die sich eben damit gerade auseinandersetzen man muss aber auch in dem kontext wieder erwähnen dass die beiden persönlichkeiten hier extrem positiv dem bitcoin gegenüberstehen wir wissen dass raul paal zum beispiel an seine ganzen investoren kommuniziert hat dass es eben sehr sinnvoll sei mindestens ja einige prozent in den bitcoin zu investieren aus den eigenen beständen und damit sieht man auf jeden fall dass wir hier keine bären haben die einfach nur gegen den bitcoin wettern und wir müssen natürlich auch in dem kontext erwähnen dass es hier vor allem um die ganzen amerikanischen strukturen und so weiter geht teilweise eben auch um die globalen aber es geht eben weniger um deutschland zum beispiel selbst oder nur die dachregionen und das ganze kann man natürlich relativ gut nachvollziehen warum sollten eben die behörden super viel energie in etwas reinstecken wovon sie noch gar nicht richtig wissen wie es funktioniert und inwiefern es tatsächlich relevant werden könnte wenn eben die marktkapitalisierung noch so gering ist natürlich sind wir gut gewachsen in den letzten jahren aber trotzdem sind wir noch relativ weit davon entfernt auf der ebene von gold eben mitzuspielen die ja schon deutlich weiter sind wenn es eben um die marktkapitalisierung geht und zu dem ganzen thema hat sich dann natürlich auch tom lee geäußert der ja für funstrat global advisor als forschungsleiter und als mitgründer arbeitet und er analysiert das ganze thema ja ebenfalls er hatte bereits im jahr 2018 in singapur darüber gesprochen dass ein bitcoin etfs dann möglich sein wird wenn eben der bitcoin bei knapp 150.000 us dollar liegt denn davor interessiert das nämlich die sec die börsenaufsicht und so weiter eben überhaupt gar nicht dazu sagt er wenn sie an krypto beteiligt sind kann die sec wie ein hindernis aussehen sie schaffen schutz für einzelpersonen und im moment ist es für die branche nicht bequem aber wenn die sec jemand ist mit dem die menschen oder dem die menschen vertrauen bringt man den mainstream dazu sich auf krypto einzulassen es wird auf jeden fall noch einige zeit dauern bis wir hier die nächsten schritte gewagt haben 250.000 dollar beziehungsweise 150.000 dollar muss ja wohl pro stück wert sein damit wir also hier die nächsten schritte sehen können und ich bin sehr gespannt ob die persönlichkeiten hier wirklich recht behalten was haltet ihr von dem ganzen thema glaubt ihr dass wir wirklich erst 150.000 dollar erreichen müssen um zum beispiel einen etf zu bekommen und eben auch von den regierungen wahrgenommen zu werden schreibt es gerne mal unten in die kommentare gucken wir uns nur noch kurz das letzte thema an und hierbei geht es um die blockchain patente wir haben bereits in der vergangenheit mitbekommen dass sich global und big player damit auseinandersetzen relativ viele blockchain patente anzumelden mit verschiedenen hintergründen und scheinbar ist es so dass alibaba oder die alibaba group nun tatsächlich die meisten patente überhaupt hält sie haben wohl zehnmal so viele patente wie alle anderen beziehungsweise zehnmal so viele wie zum beispiel ibm und das ist natürlich erst mal eine ansage weil ibm ja schon relativ aktiv ist sich mit dem thema hier auseinanderzusetzen wir sehen auch wie stark alibaba ein interesse daran hat eben entsprechende patente einzureichen alleine im jahr 2020 waren es knapp über 200 die hier eingereicht worden sind sie haben damit erst 2018 angefangen ibm ist da schon ein bisschen länger aktiv und hat bereits 2016 angefangen die ersten eben anzumelden was man ja auch dazu sagen muss ist ja dass hinter ibm eben auch mastercard and chain oder walmart stehen die natürlich auch riesige unternehmen und strukturen haben wo man eigentlich davon ausgehen könnte dass sie gegebenenfalls anfangen würden hier entsprechende patente anzumelden das große thema ist aber und das eben die meisten ja blockchain und die firmen gar keine patente einreichen sondern es sind also diese unternehmen die an der börse und so weiter gehandelt werden das ganze wird sich sicherlich in der zukunft noch so ein bisschen verändern wenn wir uns dann aber mal die allgemeinen informationen angucken dann liegen wir gerade bei ibm bei 240 blockchain patenten rechain liegt bei 279 wir haben webank mit 282 endchain mit 402 und dann haben wir noch tencent die eben bei 724 blockchain patenten liegen und am ende gibt es dann nur noch eine firma die am meisten hält und das ist eben die alibaba group die aktuell bei 1505 blockchain patenten eben liegt letztendlich muss man natürlich auch sagen dass ein patent natürlich noch lange nicht bedeutet dass wirklich etwas umgesetzt wird man behält sich eben das recht vor bestimmte dinge eben exklusiv umsetzen zu können und möchte das eben schnell genug schützen um sich dann an die arbeit zu machen beziehungsweise um in zukunft eben die möglichkeit zu haben in diesem feld aktiv zu werden man sieht also dass es mehr ja tendenzen dahin gibt einfach irgendwelche patente anzumelden anstatt wirklich an einem richtig zu arbeiten gut ich hoffe ich hat dieses kurze und informative video gefallen falls das so war würde ich mich riesig über den daumen nach oben freuen und wenn ihr weitere videos zu dem oder anderen themen sehen wollt dann solltet ihr auf jeden fall direkt erst mal ein abo da lassen ansonsten hören und sehen wir uns die tage wieder tschau tschau